Hallöchen herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Trouble in Terrorist Town mit der GLD Community Heute sind wieder ultra viele Leute dabei, es kann also bloß schief gehen Wir haben heute dabei den Slow-Mo Hallo Den Zibi Hi Den Bevorius Hey Ho Gott ist ja laut Ja Den Heiler Kuckuck Oh Gott Den Zuneck Hallo Den Theoretically Wer ist das? Mathis 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 Ich hab nur doofe Namen Ey Ich hab mir den sorgfältig ausgesucht Ja Sorgfältig von Google Weiß aber immer noch Mathis also Leute Namend Der Schichtin Moin Klein Evo Hi Und meine Wenigkeit ich bin Xanto und ich würde sagen ich geb die Runde direkt frei bitte für mich Wir müssen ihn killen Nein Xanto töte ich nicht Guck mal das Wasser Das ist eigentlich Defendest Zen oder Warum funktioniert meine Gaming Software grad nicht? Ich kann meine DPI nicht runter stellen Die ist viel zu hoch Hahaha Kommen wir nun Scheiße Guck mal her Sascha killen Nein Ja garantiert ich treffe überhaupt nichts gerade Verlierst du eh Evo warum verfolgst du mich? Ok die kann man nicht Weil ich dich verfolgen wolle Sascha du hast Donuts Aber jetzt kleinen Evo Noch keine Wahl Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Was ist das denn für ne komische Textur? Oh Leute hier war gar kein Fenster mit drin GG Sorry Mathis ich komm mich nicht zurückhalten Ach fuck Was ist los? Ich komm mich nicht zurückhalten Ich komm mich nicht zurückhalten Hallo Ich komm mich nicht zurückhalten Hallo Du musst es einfach rauslegen Was ist eigentlich der Kontrollraum hier? Weiß ich nicht Keine Ahnung Ey Da wird geschossen Heiler Was? Heiler Was? Was? Heiler Xanto? Aha Was warum denn ich? Nein Ja warum denn ich? Komisch Ich hab ja gar nichts gemacht Nicht Xanto tot Ne ne Ich hör was Habe ich Oh echt du hörst was? Ich hör was brennt Ich hör was brennt Oh Xanto warum du? Vielleicht weil der getötet Deinen Namen ausgesprochen hat Was ist dein Anzeigesteller Halt dich für ein Gerücht Aber Wow Ihr brennt was Äh Feuer vielleicht? Ne 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 Also Ne Wer hat da grad mit der Silence geschossen? Dein scheiß Ernst alter Ah ok Xanto ich habe Xan Ja ich weiß Aua Aua Mit der einzige Aua Biks bei uns hier Oh leu Oh leu Der Slowowo hat mich drauf Wir sind leer mit dem S als Das gibt's doch nicht Sascha Warum kann ich meine fucking DPI nicht runter stellen? Das ist richtig erneuung S, es, es, es Jaaa Es, 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 es. Ich weiß gar nicht wie viel SIP ich gerade drin habe, aber ich... Doch nicht voll ey. Für mich reicht das immer. Kroll! Ich bin sehr. Ich mich hier an, Alter. Ich schlag zurück, ey. Ich, 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 ich... Aber sowas von ich ist, ey. Mach's geh ich! Ich, 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 ich... Wer blockiert hier die Road, Alter? Ich hab' er shoppt! Ich, ich, ich... Ich hab' er shoppt! Also ganz ehrlich. Denkst du wirklich, ich bin so drob, ich hab' mich mit dir entgangen? Take me home! To the place! I belong! West Virginia! Ba-da-ba-ba-bam! Oh Gott! Take me home! Country Road! Was? Nein, 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 nein! Was denn? Evo, was hast du heute mit mir? Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Wir haben den Matsus! Okay, irgendwie ist Evo bei mir zu leise geraten. Ich höre ihn fast überhaupt nicht! Ich hab' ihn überhaupt laut gesagt! Evo sagt... Ja, ich hab' da mal einen Sound zu leise! Der geht mir auf den Kicks! Oh, warte mal! Santo, schau zu geraten! Vorsicht, ich will das... Okay, du scheißt auf, ein explotives Fass hinter dir! Evo ist... Evo bei mir übrigens, wenn ich sterbe, ist er... Okay, Salik ist so dezent! Warten Sie alle bei Ihnen, Hallo? Ich habe fast gehört, was du gesagt hast. Ich muss dich zur nächsten Folge auf jeden Fall lauter machen. Ja, leider. Vermutlich. Häh? Fuhlspuren? Lol, die Türen kriegt man auf? What the fuck? Und hier liegen Leichen. Gute Morgke. Na, die waren im Morgke. Ja, ich habe sie gar nicht identifiziert. Darf ich? Darf ich? Er hat einen Morgke rausgeholt. Dann muss ich ihn erschießen, leider. Tut mir leid. Zwei, vier, fünf... Trotzdem bist du mir noch... Mir gefällt es gerade nicht, dass von fünf Innos-Centen, also fünf möglichen Innos, drei Traitors sind. Nein, danke. Scheiße. Weg von Evo. Die Wand war im Weg, scheiße. Weg von ihm. Oh, oh, oh. Ab in den Keller. Dann gehen sie sich immer schon längst wieder hinter dir. Die Map hat einen Keller? Natürlich hat die Map einen Keller. Lol, lol, was war das? Evo, geh weg von mir. In der Hose, ey. What the fuck war das denn jetzt? Oh, oh, oh! Was ist das denn hier, Mensch? Also, ich... Ist da gerade jemand draufgegangen? Irgendwie check ich gerade die Map nicht. Okay, das waren wir dann wahrscheinlich wohl den ganzen... Ah, scheiße. Äh, hier ist so ein Bodyboom oder sowas. Sonic, sei ehrlich zu mir, bist du innocent? Wieso? Hä? Okay, bist du nicht. Okay, bist du nicht. Wir sind fünf Leute, drei davon sind Traitor. Maximal fünf Leute sind vier. Alle sind Traitor außer du, Sascha. Ne, das wüsste ich. Ne, das weiß ich aber. Mir wird's angezeigt links oben, Sascha. Wir haben doch keine vier Traitor, kannst du mir doch nicht erzählen. Doch, vier Traitor. Nein, nur noch drei. Eins, zwei, drei. Ja. Und du. Okay, dann sind alle anderen. Oh. Ey, ey! Hey! Mein Kipp. Hast du gerade Steven? Was? 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 Was ist da gerade passiert? Äh, klein Evo. Ja. Ja. Ich find's witzig. Sonic, wie klar, das war ein kurzes Zögern beim Sei ehrlich zu mir. Ja. Ja. Ich rede die ganze Zeit mit Sonic. Die ganze Zeit. Und dann sag ich doch so. So. Ja, ich musste mich auf Evo konzentrieren. Der ging mir auf den Sack. Aber es hat keiner gereizt Sonic. Es hat einfach gereizt. Ist halt echt so. Der lässt sich das so richtig Zeit beim Sterben. Ich mein, du musst dir halt einfach mal vorstellen. Ich stand an einem Nickchen in der Mengen. War doch gut gemacht. War doch gut gemacht. War doch gut gemacht. War doch gut gemacht. War doch einfach gut gemacht. Ich wollte einfach mal, wenn mir was einfallen ist. Ja. Evo verflägt mich. Hi. Hallo, Stevie. So, also von daher. Das sagst du jetzt. Wow. Das sag ich jetzt. Das ist richtig. Nein. Wer war das? Sonic. Hallo, Sascha. Wie geht's? Oh Gott. Geh weg von mir. Warte, wer? Was? Warte, 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 warte. Sonic, kannst du mal aufhören auf uns? Ja. Halt zu. Halt zu. Lass mal, Stevie. Ah. Alles klar. Hinter dir. Hallo. Oh Gott. Nein, nein, nein. Was? Das wäre logisch, wenn er es war, weil er zu dem Zeitpunkt halt auch hingeschaut hat. Evo, ich muss aufs Klo gehen. Nein, Toni. Wir kommen da jetzt nicht rüber. Was machen wir nicht? Nein. Nein. Ja, geh aufs Klo. Nein, dann gehst du jetzt nachs Klo. Äh. Komm her. Ja. Ich guck gerade mal, ob es hier liegt. Oh, Sascha ist schon zerhutzt. Hier ist noch eine Treppe. Wo ist Stevie? Halt. Oh, Kleine Evo. Mathe? 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 Geh mal hinter die Tür. Was? Geh mal hinter die andere Seite der Tür. Bevo? Ich bin jetzt Karawane. Bevo? Bleib mal so. Ich bin verloren. Ey. Was? Okay, wenn du deinen Kopf durch die Tür streckst, kann man drauf schießen. Wo ist denn seine Leiche? Ja, okay. Das habe ich jetzt gemerkt. Ich habe noch 52 Leben. Keine Sorge. Alter. Ich habe nichts zum Kaufen. Von Sascha. Mach die Ohren hoch. Du musst den Auto stellen. Du bist erst dabei. Tja, Alter. Was machst du jetzt? Junge, leck mich. Hila hat ein kleines Problem. Oh, 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 oh. Was darf ich, Devo? Weil Stevie und ich Traitor sind. Wir machen Hila. Oh, was? Das ist ein Glück, Alter. Ich muss mit ihm in die Kassi gehen. Bitte. Du willst sie wieder überleben? Okay. Mathe ist so spacious. Was ist hier passiert? Und Sascha ist floating. Ich bin jetzt alleine mit Sascha. Nein, ich guck mir jetzt in die Tür. Oh, mein Gott. Sascha riecht an sich. Sascha riecht an seine Hand. So wie die Joke Lübd am Alzen. Wow. Warte. 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 Der riecht an seine Hand. Warte. Sascha kann doch jetzt mal filmen. Geruchte Arsch. Was ist der immer so unaktiviert, Alter? Das ist bloß die Frage. Wie kommen wir jetzt da rüber? Hey, komm. Wir tun ihn in die Schubkarre. Warte. Er muss uns filmen. Sascha. Jetzt reiß dich mal zusammen. Ja, sei mal ein bisschen. Hab mal ein bisschen mehr Anstand. Das ist doch cool. Weißt du? Das sieht so geil aus. Wie so ein Heckenpenner. Erstmal richtig. What the shit? Alter. Wir haben nichts zu tun. Schubkarre. Heckenpenner. Ich wusste nicht. Ich glaub das war's noch. Ich hab die geworfen. Die Tür war zu in dem Moment. Warte. Geh mal weg. Geh mal weg. In einem Scheißmoment mach ich halt die Tür auf. Ja. Ich hab auch schon gesagt. Kann ich denn dafür. Was? So. Jetzt wo wir's hier... Jetzt ist Ende. Jetzt muss ich mich mit einem Schuss töten. Okay. Man kann sich aber auch nicht wegstopsen. Ich kann ihn nicht mal mit dem Magnetstick bewegen. Ja. Die hängt halt einfach fest. Okay. Ja. War nett und hat mich nicht getötet während ich was gemacht. Das fand ich korrekt. Also lass ihn mal. Nein. Freiheit. Nein. Jetzt ist die Leiche verschwunden. Hey die liegt hier. Nein Toni. Nein. Dann ist sie nicht verschwunden. So. Dein Evo. Ja. Verstehe jetzt mal. Nein 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 nein. Bleibs hier. Bleibs hier. Bleibs hier. Hast du vergessen dass Sascha mich umbringen wollte? Ja. Das würde er auch als Felter erwähnt. Machen wir nicht Felter weil das ist ein guter Punkt. Ach das ändert doch hier nicht gut. Du hast ja schon so einen Nub. Wollen wir in die Küche gehen was kannst du kochen? Geh weg. Nein. Ja komm's mal. Ja wir kochen ja. Was soll das denn? Was macht ihr hier? Wir müssen noch ein paar Pommes rausholen ja. Das ist Pornopart. Ist hier eine Fritteuse? So hier erstmal ne Melone. Keine Melone. Hey. Doch ne Melone. Nein. Warte wir müssen jetzt erstmal den Karton anzünden. Fett. Okay. Ja. Ja. Ja war zu erwarten. Oder kann ich auch töten. Oh wir loben überall. Oh Moment. Geht der? Wie lange ist die Zeit damit der hoch geht? Press. Der Märtyrer? Warte mal. Normalerweise nicht lange. Da kann man nichts volles machen. Das ist voll doof. 5 Sekunden oder so höchstens. Warte mal. Also. Warte. Das ist slow. Wo ist denn Schicht die? Ja legt die irgendwo. Ah da ist. Was ist das? Cool. Danke. Okay. Kein Thema. Mattes war es auch nicht. Der König der Welt. Oh die Lampen. Wurde auch nicht. Okay wer lebt jetzt noch alles? Wahrscheinlich die Traitor und ich. Bis auf eine Nacht. Ne ich und Bevo eben noch. Wir sind beide safe. Weil mich wollte Sascha killen und Bevo hat Traitor gefällt. Achso. Okay. Weil sie sind tot also lebt noch ein Traitor. Ja. Du musst Auffassen. Hier's ne Traitor in der Falle drinnen. Ah klar. Hevon ist mir das ein bisschen so spätisch. Ok. Du rin back. Bewo warte, 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 warte. Du musst ihn nicht sterben wenn du irgendwo hingehst. Ja, weiß ich. Du rennst vor, weil wenn du stirbst, kann ich den killen. Richtig. Dann haben wir jetzt quasi beide. So, guck mal, ich guck auch weg. Mein Faden kreuzzt auf deinem Bein. Deinem Nasenbein. Woher läuft Stevie? Warte mal. Ich hab ein Problem. Warte mal. Du hast ja erst mal verbarrikadiert. Warte B, wo kann ich die beiden Leichen mit reinnehmen? Sorry, die Tür ist schon verbarrikadiert. Ey, das ist aber unfair. Guck mal, wie er in seinem Arm liegt. No response, ja. Ja, scheiße. Alter Evo. Da war er mal richtig GG, ey. Boah, Alter. Alter. Alter, los. Ja. Was ist denn bei euch jetzt kaputt, Alter? Ja, hat er ausgezapft vor Wut, okay? Scheiße. Da trifft gar nicht kein einziges Mal. Niemand hat das gesehen, ja. Doch, ich hab die Kamera drauf gehalten. Das coolste war, welche beiden haben wir gekühlt zusammen? Gar keine. Stimmt, Heiler. Hörst du nicht durch, nein, nein, nein. Hallo Heiler. Ich bin schon wieder Dete. Ich hasse Dete, Alter. Ja. Würdest du mir bitte nicht hinterher schießen? Ich schieß doch nicht hinterher. Nein, du doch nicht. Ne, ne. Nein, nie. Vor allem bei dir, Sascha. Sie wie mein Abgang. Sie wie du weißt, wie das aussehen, wenn du mir da herrennt. So, hast du gerade geschossen. War das gerade Evo, der da? Ich hab sowieso überlegt, was, äh, was ist. Alter. Da liegt ne Leiche. War da, ich wollt grad sagen, war da nicht grad irgendwo einer draufgegangen? Ne, ne. Evo? Das ist ne Anzeige. Lol, da hat grad nicht jemand die Traitor-Palle aktiviert. Oh nein. Oh Gott. Egal wo ich langlaufe, sehe ich dich. Hallo Heiler. Oh, schrei doch nicht so schichty. Schrei nicht so. Sie war sehr... Schichty. Lass uns doch so liegen, Mann. Schichty. Leute, bitte. Stevi. Stevi. Wer ist das? Xanto. Ich würde nur gucken, was mit der... Ah, Xanto kam hier aus der Richtung. Hi. Oder ist, denke ich, mal in diese Richtung. Hey, was? Stevi, wir wollen hier keine rechtsradikalen Sprüche, ne? Rechtsradikalen, meine Mutter. Tut mir leid. Wow. 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 Geh, geh, einfach nur. Hallo Sonic. Ja, lass mich vorbei. Ist da unten irgendwas? Ja, dein Tod. Oh Gott. Warum schießt du... Oh, in meine Richtung! Nein! Ist hier nicht der Sch... Ne, das ist ja... Oh, was seid ihr denn jetzt? Warum wer hier? Sag mal. Gleich... Wenn du mich triffst, du mit... Was ist das? Ja, weiß ich auch noch nicht. Da passiert was. Bin ich vermutlich tot. Geschenke. Hallo, was geht bei euch hier? Lass mal Bevo. Hey, wer schießt da? Lass mal. Hi. Ramschel! Ihr wollt die zulegen, damit man nicht drin stirbt oder wird? Hi, Lars. Wir wissen, was jetzt passiert. Ja, beim Date, der ist wenigstens safe. Ne, 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 ne. Alles klar, dass du bist kaputt. Echt so, ich bleib auch beim Date. Ne, 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 ne. Lass mir nicht geheuer. Heiler, Sascha, wie geht's? Hi. Ja, alles cool, ne? Xanto hier. Mann! Seid ihr erst täte? Warum schießt du, Mann? Was ist los mit dir? Nein, alles tun nicht. Was? Ich hab' nur Lustig zu ärgern, Sascha. Achso, okay. Weil keiner gegen mich kämpfen will in 1 gegen 1. Alle wollen mich immer noch von hinten wegmachen, Leute. Merz! Dann macht ein Andach von hinten an. Was? Junge, ich bin kein Traitor. Ansonsten würde ich... Musst du trotzdem nicht hinterherlaufen. Ja doch, weil du der einzig safe bist. Ja, das weiß ich. Das ist mir aber auch... Äh, hier ist jemand tot. Ähm, Mathis ist down. Mathis ist tot, okay. Hier rennt jemand her. Alter, das ist echt verwirrt, wenn da Theoretipp... Äh, irgendwas heißt. Ja, ja. Slow-Mo ist auch down. Bin dein Freund, ob... Bist du? Nein. Dann stell dich mal gegenüber für mich. Nee, nee. Nee, nee. Bevo, warum guckst du noch mal nach hinten? Für mich bitte als letztes. Bevo? Hälfte. Ich will noch... Ich gehe Sascha völlig noch. Wenn du mir was Tolles kaufst. Geh mal weg. Wir müssen gerade... Wir müssen gerade... Wir müssen gerade... Geh mal weg, Haya. Hi. Nein, nicht. Was?! Hallo, Leute, wie geht's noch? Alles klar? Nichts sein Scheiß-Ernst, alter. ich wollte sie halt das namen sagen nicht sein scheiß ernst das nächste mal kill ich mich einfach heiler guck mal wie viele heiler gekillt ich hab beim video Kollegen vertraut ich sag doch boah klein Evo Pock drauf gehauen und immer einen Spray gemacht und abgehauen keine Gegner in dieser Runde aber sowas von Alter Schwede Sonic der war echt frech der war richtig frech Evo keine random kills Alter ist hier bei mir im großen Raum ich mach kein ich kacke ich kacke ich kacke ich kacke ich kacke ich hab den Kacke aber wenn ich sterbe ist es heiler die schlanker der schlechte darf eher nicht der schlechte darf eher nicht Bitch get out of the way get out of the way bitch get out of the way Ich mach sie weg Yalalalalalalala Steve wie hast du Die Waffe aus dem Zeruch. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hol' mal ne Bandgranate! Wow. GG! Okay da ist qualiert jemand. Sancto is it! Sancto is it! Oh, es gibt doch nie einen Game Chat! Sonic hat's Maul. Sancto is it! Ach nee. Bevo! Bevo! Hab ihn, hab ihn, hab ihn! Hallo! Da wollte er mit der Schihad! Ja, weg! Spielereinblendung! Scheiß da, verpiss dich! Ja, ja, das ist so ein... Stevi hat Sancto getötet? Okay, warte mal. Wer ist denn jetzt, wer ist denn noch? Ich hab Bevo gekillt! Schichti oder Mathis oder du? Nein, bitte auch nicht! Hallo? Lebt Mathis noch? Lebt Mathis noch? Was da? Ja, ich hab Bevo getradet! Ich bin safe! Was? Nicht da! Nirgends! Doch, bei dir! Nein! Äh, nö! Hörst du auf auf mich zu schießen, du Lutscher! Ich schieß da nicht auf mich! Ich hab gefressen! Na ja, er guckt immer noch! Ja, ich hab aber einen Traitor gekillt im Gegensatz zu dir! Ja, nein! Scheiße! Was? Was ist los, Schichti? Warte, wie in-game-Chat? Warte, wie in-game-Chat! Ich hab nämlich nix gehört! Hast du ja im Traitor-Chat gesprochen? Was? Ich hab da unten grünes Feld! Ich rede mit mir! Ich glaube, Schichti hat sich gerade verraten! Was? Nein! Nein! Ah, ich lebe noch! Alter, was ist hier passiert, ey? Ganz, auch, ganz viel... Oh, ja, gut! Okay, Mathe ist tot! Das ist Sonic oder Schichti! Wo ist er? Wo ist er nicht? Vorhin gerantet! Wir machen 1 gegen 1, ok? Ich bin safe, Slow! Ich hab Bevo erledigt! Ja, es ist... Wo ist er denn? Keine Ahnung! Weg! Darf ich dich noch headshotten? Nein! Warum denn? Fick dich, verpiss dich! Na gut, wollen wir hier warten? Oder was machen wir jetzt? Oh fuck! Oh fuck! Ja, Mann, drei Leute! Ich wollte headshotten! Ich wollte headshotten, Mama! Oh, da headshotte der! Ne, jetzt nicht, aber wenn du shift drückst, in-game-Chat. X ist normaler Chat. Ne, als Traitor hat man nur den Traitor in-game-Chat, glaube ich. Geht's auch leiser? Ja, so ein gerasche muss echt nicht sein. Werd ich dir halt einfach rausreden können mit von wegen... Ja, Text-Chat. Kann jeder benutzen. Ja... Dann hätte er sich aber nicht bewegen können. In dem Moment. Und er hat sich bewegt. Der hat ein Heck drauf! Der kann während des ist ein Außen. Ja, aber noch. Zweit längst dann aber nicht. Eiskalt überführt. Oh, Mann. Hex! Ich will auch mal jemanden töten. Hex! 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 Ist das da schon jetzt? Jo, bin ich auch. Und? Wo ist diese scheiß Falle? Sonne! Sonne! Und? Oh, ich kann das aus. Ich kann das Sonne nicht. Ich kann das Sonne nicht. Sonne... Aber da fehlt noch ein Traitor Steve. Und bist selbst einer? Ich bitte nicht... Das dauert mir zu lange bis das Video kommt. Es dauert zu lange, belassen wir es dabei. Warum haben Xanto und Sonic schon wieder Spaß, das gefällt mir nicht. Evo, Stevie, Heiler, was geht bei euch da ab? Ich muss gestehen, weiß ich nicht. Dann haben wir einen netten Nachbarn, Stevie ist glaube ich gerade draufgegangen. Hast sie? Hallo Kinder, Heiler? Hallo Kinder, seid ihr noch da? Der Cake? Heiler ist tot, Stevie ist tot, ok, warum sind die tot? Was ist das, Sascha? Warum? Was bin ich schon wieder? Hallo Slow, oh Gott Mathe, es ist ja viel zu viele hier. Was? Nein. Ich will ihm eine tolle Wummel zeigen, die ich gefunden habe. Die kam, ist aus der Wand gespawnt. Achso. Jetzt ja. What the fuck? Sonic, geh weg. Warum hast du... Sonic hat eine AWP. Der schießt auf mich. Wer hat eine AWP? Sonic. Ich weiß gar nicht, wieso ich eine habe. Hä? Jungmann. Er hat gerade mit einer AWP auf mich geschossen, das hast du gesehen. Wo denn? Geil. Ja, du hast ihn gekillt, nicht ich. Aber du hast gesehen, dass er mit einer AWP auf mich geschossen hat. Ich habe davon nichts gesehen, ich habe da gerade um die Ecke geguckt. Aber du hast auf ihn geschossen, also da habe ich mit drauf geschossen. Aber du hast ihn gekillt. Äh, äh, äh. Lol, hier ist auch ein Traitorfall offen. Ja. What? 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 Das, Sascha? Ich bin richtig scheiße! Hahaha. Das ist ja nichts Neues. Hanno? Ich hasse dich jetzt schon da hin. Oh, ich bin so behindert! Hanno? 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 Hanno hier raus. Nein! Au! Au! Klingel individuell so. Hanno? Aiii! bookman, boah! Sag mau! Scheisse! Nein! Warte, Pickel drinnen! Eigentlich's zu kommen! Es ist zuletzt oberster Doom! Halla! Kank apprentices! Alter, ich schieß dreimal an dem stehenden Mathis vorbei, was ist denn los mit mir? Das war einfach richtig hart inkompetent. Xanto letzte Runde. Wollen wir das Spiel spielen? Ja, wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Nein, kein Spiel, kein Spiel. Kein Spiel, hau ab. Junge, schreit hier nicht so raus. Mathis, du bist irgendwie zu laut. Ja, schau mal. Ich bin James Cohn. Warte, ich bin James Cohn. Warte, ich bin James Cohn. Evo, verzieh dich. Verpiss dich, Evo. Hallo. Wanne, komm her. Hallo, Heiler. Hallo. Er ist Traitor. Komm, Kollege. Kollege. Fuck. Kollege, komm. Machier den mal. Nein. Machier den mal. Ja. Heiler. Ja, ich weiß. Ja. Halt sein. Ich hab die Schnellen, die Dragon. Schafft man den Sprung? Ja. Welchen Sprung? Bevo, du könntest dir ein Binoculars holen und gucken, was da unten für eine Leiche drin liegt. Bei mir jetzt will ich die Bank... Oh. Entschuldigung. Ich hab zwei Schaden bekommen. Sorry. Sascha ist es, ich hab zwei Schaden bekommen. Ja, ist halt echt so. Gummer, Junge. What's you? Oh. Alter, du bist beinahe in den Sprung. Guck mal hinter dich in die Wand. Du bist beinahe in den Schuss reingesprungen, ey. Der wär übel geworden. Und womit hab ich das verdient? Keine Ahnung. Wer bist du? Sascha! Na? Sascha! Bevo, was hast du ihm gegeben? Ich hab schon wieder was tolles. Komm Sascha, wir spielen nochmal. Du kannst mich nochmal raiden. Ja. Nö, diesmal hab ich keinen Grund dazu. Diesmal bin ich kein Traitor. Komm mal her Sascha. Ja, okay. Ich bin da. Bevo, hast du Radar? Ich kann mir einen kaufen. Wo ist Sascha? Weg. Was wollt ihr alle von mir? Geht mal weg. Geht mal weg. Was ist hier los? Ich werde darüber hinwechseln, wenn du mir was machst. Oh Gott. Xanto, Heiler, was macht ihr da? Xanto und Heiler schenten eh wo. Nein, nein. Achso, doch. Ich hab ich selber gekauft. Ja, genau. Äh, Leute, der Lemonade Launcher funktioniert nicht, ne? Was funktioniert das denn? Der Lemonade Launcher vom Traitor, äh, vom DT funktioniert nicht. Warum? Stevie ist es. Das ist doch nicht euer Ernst! Da. Hör bloß was! Hihihihihi. Jawohl. Er ist wie vorhin. Nein, nein! Hahahaha! Was machte dich da vorne? Wieser hatte Schreien. Oh, da oben ist nochmal jemand, ahhh. Oh, da macht einen Depp. Ah, ich bin weg. Tschüss. Tut 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 tut. Na, Matis? Na? Ah, ja, na. Alles. Warum liegt der DT da tot? Geh mal weg, weil er tot ist. Äh, Flieger! Nein, das haben wir gar nicht gesessen. Alles war dahinten? Ja, oder? Da wird immer gestorben. Tippen! Tippen! Du Sucker! Wetter eigentlich alles noch. Okay. Ich weiß nicht. Ja! Ja! Alter, in der Ernst! Ich komm rein! Was hat das schon ekelhaft? Stevie, wie konntest du nicht sterben? Ich seh einfach... Ich seh einfach... Ich seh einfach... Es ist halt richtig kacke. So, Xanto, von der... Feierabend! Ab, Modi! Ich bin geflogen, ja, ich weiß. So, und das war's mal wieder mit deiner Runde TTT mit der G.O.D. Community. Ich hab's euch gefallen. Link zur Playlist und zu den ganzen Menschen, die hier mitspielen, ist in der Beschreibung. Ähm... Nein! Ähm... Schaut auf jeden Fall zum nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Macht's gut, Xanto. Tschüss! Tschau, tschau! Tschau, tschau!